meme coins so gewinnbringend sie auch sein mögen so unsicher sind sie natürlich und wenn du ein mensch bist der weniger glücksspiel betreiben möchte sondern etwas mehr auf fundamental starke projekte wert legt dann möchte ich dir jetzt fünf projekte vorstellen die meiner meinung nach jedenfalls ein sicheres zehnmal liefern können das sicher ist natürlich in anführungsstrichen aber die haben auf jeden fall das potenzial für einen mindestens zehnmal diese haben aber ein etwas höheres market cap weil die halt eben auch schon ein gewisses vertrauen genießen aber das macht sie ja auch etwas sicherer als jetzt im vergleich mit coins oder natürlich projekte unter 100 millionen market cap lasst uns also direkt starten und der erste coin wenig empfehlen kann der ist halt direkt auch ein icon wenn ich denke dass der bereich im kommenden bullenmarkt schon extrem performen wird es handelt sich also um den fet coin auch wenn das market cap bereits ziemlich hoch ist wie du sehen kannst was ich einfach in diesem projekt liebe ist dass es quasi ein zusammenschluss aus drei richtig starken krypto projekten hast nämlich singularity net ocean protocol und das team dahinter hat es geschafft ihre kräfte zu bündeln um halt einfach etwas besonderes zu schaffen und der coin der hat die meisten seiner taugen bereits im umlauf was ich immer ziemlich gut finde um einfach unvorhersehbare verkäufe zu vermeiden außerdem steht eine menge spannende updates bevor den coin gibt es ja noch nicht so lange ich denke der wird noch für einige furore sorgen also könnte der coin locker das zehnfache seines investments bringen kommen wir als zweites zu render über das projekt habe ich ja bereits ein paar tagen schon gesprochen das ist ein projekt dass sich auf die pin und spezialisiert hat klar ist es wieder ein projekt aber das ist halt einfach ein bereich der sehr gut performen könnte und die pin oder die pin ebenso deshalb ist das eine hervorragende kombination und ich bin auch hier hoch investiert wenn er hat ja bereits eine starke stellung in der welt der grafik rendering technologie und sie haben ja auch sogar in video im rücken und das ist halt einfach ein riesen player in der techwelt was ihren renner auch besonders cool finde ist ihr token modell ich in meinem letzten video auch schon erwähnte du brauchst den render token um das netzwerk zu nutzen und dadurch wird der token kontinuierlich verknappt das bedeutet der wert könnte ordentlich ansteigen wenn das netzwerk eben weiter wächst ich sehe hier mindestens einen preis von 60 dollar für render hier fange ich jedenfalls an gewinne mitzunehmen 70 80 90 und ich denke im peak könnte dieser coin sogar auf 150 dollar steigen der nächste coin den ich dir empfehlen kann ist und und das ist ein projekt das sich voll auf reale vermögenswerte konzentriert ein anderer bereich der auch im kommenden bullenmarkt extremst performen könnte und das projekt ist stark mit blackrock verbunden und das ist einer der größten investment unternehmen der welt die rühren ja auch ordentlich in letzter zeit die werbetrommel deshalb ondo immer wieder davon profitieren könnte aber es gibt hier auch einige kritikpunkte einige leute machen sich natürlich sorgen auch ich habe mir da in der hinsicht sorgen macht bevor ich mich etwas mehr informierte über eben die zukünftige verwässerung des coins also die tatsache dass nicht alle trocken wie du sehen kannst von ondo bereits im umlauf sind und die volle umlaufmenge die wird halt erst 2029 erreicht aber hey wir verkaufen ja nicht im jahr 2029 wir sind ja hier um in den nächsten jahren bzw im kommenden bullenmarkt und in diesem coin zu profitieren und das dürfte er in sechs bis zwölf monaten passieren und ja es wird in zukunft ein paar entsperrungen des tokens geben aber diese werden ja gestaffelt freigegeben das wird also keinen plötzlichen preisschock geben die großen investoren die werden nicht alle gleichzeitig verkaufen das kann ich mir nicht vorstellen deshalb hier kein grund zur panik was die verwässerung betrifft zusammenfassend letztlich hier sagen dass auch noch ein projekt ist das du definitiv im auge behalten solltest wenn du nach einem stabilen und auch einer zukunfts sichereren anlage suchst im vergleich jetzt zu mien coins oder anderen projekten zum beispiel unter 100 millionen market cap die verbindung von realen vermögenswerten und halt eben die frei ist ein extrem starkes narrativ wie ich persönlich finde und und du bist hier ganz vorne mit dabei über im youtube habe ich ja in einem meiner letzten videos bereits gesprochen deswegen werde ich mich hier kurz halten schau da auf jeden fall mal rein wenn du eine rechtfertigung über die preis prognose haben möchtest im übel ist auf jeden fall für mich die unangefochtene nummer eins im crypto gaming bereich ich bin auch super lange investiert aber damals sogar noch einen airdrop bekommen weil ich noch vor dem start mit diesem projekt interagiert habe jedenfalls ist es für mich die unangefochtene nummer eins wenn es um leer zwei lösungen auf ethereum geht auch wenn ethereum jetzt gerade nicht mehr so wirklich im rampenlicht steht ja sowas wie solana und auch avalanche das auf der grüte hervorgebracht hat ein spiel das sogar bei den normalen leuten mal richtig ankam noch so die größeren spiele so vom thron gestoßen hat jedenfalls für eine gewisse zeit und genau so ein spiel brauchen wir auch für immutable dann würde die sache ganz ganz anders aussehen das könnte so eine kettenreaktion hervorrufen und dann den gaming bereich auch wieder nach oben katapultieren das könnte ganz ganz schnell gehen also auch der gaming bereich bin sie ich im kommenden bullenmarkt wirklich sehr im hype und immutable das hat ja das immutable passport mit dem du all deine accounts in den verschiedenen blockchain games auf einer einzigen plattform verwalten kannst und ich finde das ziemlich genial und sehr sehr einsteiger freundlich für all die leute die noch kommen mögen immutable ist für mich also kurz gesagt ein absoluter muss wenn du im crypto gaming bereich investiert sein möchtest hier wird sich in zukunft noch einiges tun die 20 dollar dürften definitiv drin sein also ich würde ich wüsste echt nicht wieso das fundamental starke projekt nicht das erreichen könnte also zwischen 20 und 30 dollar sehe ich im ex auf jeden fall zu guter letzt möchte ich dir noch mir protokoll ans herz legen das ist eine lehr 1 blockchain und diese wurde speziell für skalierbarkeit und benutzerfreundlichkeit entwickelt das protokoll das verwendet neid schaden was es ermöglicht die kapazität des netzwerks durch horizontales schaden der blockchain zu erhöhen skalierbarkeit ist daher ein zentrales merkmal der blockchain und mir unterstützt dezentrale anwendungen und eben smart contracts die theoretisch in bereichen halt eben wie künstliche intelligenz und real vermögenswerte eingesetzt werden können aber natürlich auch in vielen anderen und der ilia polushkin ja einer der mitbegründer der war tatsächlich auch an der entwicklung des transformers modell beteiligt dass hier eine zentrale rolle in der modernen kai spielt und von google dann auch veröffentlicht wurde mir hat sich durch eben seine benutzerfreundliche skalierbare architektur und auch die aktive entwicklergemeinschaft einen schon ordentlichen namen gemacht und es ist hier wirklich sehr gut für den kommenden bull mark positioniert und da es bereits eine gewisse bekanntheit hat könnten all die zukünftigen updates und auch die verbreitung von den ganzen anwendungen auf mir viel wachstumspotenzial bieten mein ziel ist es meine persönliche investition bei einem preis von etwa 50 oder 55 dollar zu verkaufen aber hey ich glaube auch wirklich dass mir die marke von 60 oder 70 knacken könnte natürlich ist das alles keine anlageberatung bitte mache immer deine eigenen recherchen bevor du in irgendeines dieser projekte investierst ich persönlich finde einfach dass diese sehr starkes potenzial haben das soll es jetzt aber mit diesem video gewesen sein schreibt doch gerne mal in die kommentare wenn du bereits in eines dieser projekte investiert bist wenn dir das video gefallen hat das doch eher simpel ausgefallen ist aber ich wollte mal einfach über die projekte reden dann gibt dem video doch einen daumen nach oben ich wünsche dir ansonsten einen wundervollen tag wir hören uns im nächsten video macht's gut und 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 Vielen Dank.